Hörprobleme können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen, da sie alltägliche Aktivitäten erschweren und in einigen Fällen zu ernsthaften Komplikationen führen können. Es ist entscheidend, die Ohren frühzeitig zu pflegen und zu schützen, um chronische Hörprobleme zu vermeiden. In diesem Video stellen wir Ihnen die zwei besten Hörunterstützungsprodukte des Jahres 2024 vor. Diese Produkte wurden aufgrund ihrer Wirksamkeit, des Markenrufs, der Benutzerbewertung und der Inhaltsstoffliste ausgewählt. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen, um ein Leben lang eine gesunde Hörfähigkeit zu genießen. Weitere Informationen und die aktuellsten Preise finden Sie in den Links in der Videobeschreibung. Beginnen wir mit Akustan. Akustan-Tropfen lindern Ohrenschmerzen, reduzieren Verstopfungen und Entzündungen sowie Reizungen und Pulsieren im Ohr. Sie sind auch effektiv bei der Behandlung von Juckreiz, insbesondere bei Schwimmerohr. Zudem kann Akustan prophylaktisch eingesetzt werden, um die normale Hörfunktion aufrecht zu erhalten. Dieses Produkt enthält eine kraftvolle Mischung aus Ringelblumenölextrakt, grünem Propolisextrakt, Thymianöl, Rosmarinextrakt und Rapsöl. Diese Inhaltsstoffe wirken zusammen, um die Mikrozirkulation im Gehörsystem zu verbessern und die Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen, was Linderungs- und Klarheit beim Hören bietet. Jüngste Studien haben gezeigt, dass die regelmäßige Anwendung von Akustan nicht nur die Hörfähigkeit verbessert, sondern auch unangenehme Symptome reduziert. Die Formel ist völlig natürlich und ausgewogen, ohne Nebenwirkungen, was sie zu einer sicheren Wahl für alle macht, die ihr Gehör schützen und verbessern möchten. Jeder Inhaltsstoff wird rigoros auf Reinheit und Freiheit von Toxinen geprüft und das Produkt wird in zertifizierten Einrichtungen mit modernster Technologie hergestellt, um Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. Akustan ist einfach in der Anwendung. Geben Sie einfach täglich 5 bis 7 Tropfen direkt ins Ohr, neigen Sie den Kopf, um die Absorption zu erleichtern und kehren Sie nach einigen Sekunden zur normalen Position zurück. Achten Sie darauf, die Anweisungen in der Packungsbeilage zu befolgen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Akustan ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen umfassenden und effektiven Hörschutz suchen. Kommen wir nun zu Vidya Oil, einer weiteren hochempfohlenen Option. Im Gegensatz zu Akustan, das direkt ins Ohr getropft wird, wird Vidya Oil oral eingenommen. Es fördert die Gesundheit des Gehörs von innen heraus. Vidya Oil enthält natürliche Inhaltsstoffe wie Ginkgo, Biloba-Extrakt, Kampferöl, Terpenlacton, Isohamnetin, Quercetin, Coenzym Q10 und Zink, die zusammenarbeiten, um Ohrenschmalz zu erweichen, Entzündungen zu reduzieren und Unbehagen zu lindern, wodurch die allgemeine Funktion des Ohrs verbessert wird. Vidya Oil ist besonders wirksam bei Tinnitus- oder altersbedingtem Hörverlust. Es verbessert die Mikrozirkulation im Innenohr, hilft, die Ursache des Hörverlusts zu behandeln und schützt das Trommelfell vor zukünftigen Schäden. Zur Anwendung von Vidya Oil geben Sie dreimal täglich drei Tropfen unter die Zunge, halten es 60 Sekunden lang dort und schlucken es dann. Wie Akustan ist auch Vidya Oil ein Non-GMO-Produkt, das in zertifizierten Einrichtungen hergestellt wird und frei von Toxinen und Verunreinigungen ist. Seine natürliche Formel unterstützt die Gesundheit des Gehörs, ohne Nebenwirkungen zu verursachen. Es ist wichtig zu beachten, dass Akustan und Vidya Oil zwar wirksam sind, aber keine Medikamente sind. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Gehör durch eine Infektion beeinträchtigt ist oder Sie andere ernste Symptome haben, sollten Sie zuerst einen Arzt konsultieren. Beide Produkte sind durch eine Zufriedenheitsgarantie abgesichert, sodass Sie beim Kauf kein Risiko eingehen. Ihre Anwendung ist einfach in den Alltag zu integrieren und bietet Vorteile, die über die Hörgesundheit hinausgehen, wie eine verbesserte mentale Klarheit, eine bessere Gedächtnisbildung und ein intensiveres Erleben der Geräusche um Sie herum. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angeschaut haben. Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie sie gerne in den Kommentaren. Wir helfen Ihnen gerne weiter.